Iris und Peter Klein, und plötzlich kommen sie sich wieder ganz nah. Nun steht da etwa ein Liebes-Comeback an? Nach dem Auszug aus dem Big Brother-Container kommen sich Iris und Peter wieder näher. Es war die wohl schmutzigste Trennung des Jahres, monatelang prügelten Iris und Peter Klein öffentlich aufeinander ein. Und auch Peters angebliche Affäre Yvonne Würke mischte fleißig mit beim Trennungsgemetzel. Doch nach zahllosen schmerzhaften Schlachten könnten die Ex-Partner des Kriegsbeil nun überraschend begraben, und zwar für immer. Iris und Peter Klein, endlich Frieden ausrufezeichen. Wohl kaum jemand hätte nach all dem lodernden Hass, den fiesen Anschuldigungen und den schweren Vorwürfen mit solch versöhnlichen Szenen gerechnet. Als Iris Klein vor wenigen Wochen den Big Brother-Container verlassen musste, lagen sie und Mitbewohner Peter einander eine gefühlte Ewigkeit lang in den Armen. Es flossen bittere Tränen, tiefe Blicke wurden getauscht. Fast konnte sich der Eindruck aufdrängen, als wäre plötzlich alles vergeben und vergessen. Sogar viele Zuschauer waren sich sicher, diese beiden finden wieder zueinander. Gebt euch einen Rock, ihr seid doch das perfekte Paar, habt im Leben so vieles gemeistert und ihr schafft auch das. Gebt eure Liebe doch noch eine letzte Chance, versuchte ein besonders engagierter Follower die Auswanderin zu motivieren. Und Iris? Die gibt sich noch dezent distanziert, schlägt aber deutlich sanftere Töne an und gibt sogar zu, dass sie vor ihrem Einzug in den Container mit ihrem neuen Partner über mögliche Ernährungen an den Ex gesprochen hat. Er hat gesagt, wenn Peter und ich uns geküsst oder in einem Bett geschlafen hätten, wäre das in Ordnung, so die Katzenberger Mama überraschend. Und verkündet, sie wollen Peter schon bald wieder sehen, um abseits der Kameras noch einmal das Gespräch zu suchen, ganz privat. Punkt am liebsten natürlich im einstigen gemeinsamen Liebesnest. Ich möchte natürlich auch meine Hunde besuchen, die durfte ich die ganze Zeit nicht besuchen und die Finca nicht betreten, erzählt sie. Doch solche Schikanen gehören nach der Kuschelrunde im Container wohl endgültig der Vergangenheit an, jetzt darf ich auch meine persönlichen Sachen holen. Ich hoffe, dass er sein Wort hält, so Iris Punkt über die beinahe Versöhnung freuen sich vor allem die unfreiwilligen Leidtragenden des Trennungskrieges. Ich habe keinen Papa mehr, Sophia keinen Opa mehr, beklagte sich Dani noch vor einiger Zeit. Denn Peter hatte striktes Kontaktverbots zu allen Iris Angehörigen und war daher gezwungen, seiner geliebten Stiefenkelin via Instagram zum Geburtstag zu gratulieren. Doch das alles hat jetzt ein Ende. Auch Danielas Ehemann Lukas, der sich immer prächtig mit seinem Schwiegervater verstand, freut sich über die aktuellen Entwicklungen. Wenn man erreicht hat, dass sie jetzt wieder gut miteinander umgehen, sich auch nochmal aussprechen, dann haben alle Parteien gewonnen, so der Sänger optimistisch. Mit ihrem unerwartet freundlichen Aufeinandertreffen bei Bromebigbrado haben Peter und Iris jedenfalls bewiesen, dass das Band zwischen ihnen doch noch nicht ganz zerschnitten ist, dass Gefühle der Zuneigung und Zusammengehörigkeit den Rosenkrieg überlebt haben. Punkt und wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar schon an Silvester die ganz große Versöhnung. Auch wenn wir es nicht verstanden haben, unsere zwölf Monate mit den Mallorca-Residenten Iris und Peter Klein. Tränen bei Peter Klein und drei geflüsterte Worte. Iris Kleins Zeit bei Bromebigbrado endete emotional. Der Rosenkrieg im Fernsehen, Mallorca-Residenten Peter und Iris Klein bei Bromebigbrado. Kurze Zeit später löschte Iris Klein plötzlich alle Fotos mit ihrem neuen Freund auf den sozialen Netzwerken. Die Gerüchteküche brodelte über. Ist die Ehe der Kleins doch noch zu retten? Nein. Denn wie die BILD berichtet und Peter Kleins Manager der MZ am Freitag, 29.12. bestätigt, hat der Sänger einen Tag vor dem Einzug bei Bigbrado offiziell die Scheidung eingereicht. Damit erfüllt sich der Wunsch, den Iris Klein mehrfach in den vergangenen Monaten geäußert hatte. In den sozialen Medien beschwerte sich die Mutter von Daniela Katzenberger immer wieder, dass Peter Klein die Scheidung herauszögere und die nötigen Papiere nicht unterschreiben wolle. Zu dem Thema haben sich beide in den vergangenen Tagen nicht geäußert. Punkt Geld steht weiter zur Debatte. Ein Problem bei der Scheidung ist der finanzielle Ausgleich. Er fordert Geld von mir. Ich hatte ihm freiwillig 60.000 Euro angeboten. Er will 100.000 Euro, zitiert die BILD Iris Klein. Dieses Zugeständnis ist neu. Im Juni schrieb sie noch auf Instagram, er will halt ne Menge Geld von mir. Bitte sagt ihm, er soll selbst arbeiten gehen und sein eigenes verdienen. Punkt Punkt wobei die öffentliche Schlammschlacht die Karrieren der beiden Eheleute mächtig befördert haben dürfte. Influencerin Iris Klein war 2023 Stammgast auf den Titelseiten der Boulevardblätter. Punkt mittlerweile brachte die Mallorca-Auswanderin eine Modekollektion mit dem Namen. Die Mutter von heraus, eine Anspülung darauf, dass sie eigentlich bis vor kurzem nur als die Mutter von Daniela Katzenberger bekannt war. Peter Klein schulte zum Playa-Sänger um. Auch ihm dürfte die Aufmerksamkeit gefallen. Öffentliche Schlammschlacht seit Januar. Das Ehe-Drama um die Kleins macht seit Mitte Januar 2023 Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Wölke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien. Punkt bisher hat nur Peter Klein zugegeben, dass er sich in Wölke verliebt hat. Laut Wölke sind die Gefühle einseitig.